Da war doch noch was. Da war doch noch was. Ach ja, richtig. Ich wollte mich erkundigen, wie das eigentlich mit dem Telekolleg ist. Nähere Auskünfte können Sie bei der Geschäftsstelle Telekolleg Bayerischer Rundfunk in 8000 München 100 erhalten. Und nun, verehrte Zuschauer, wünschen wir Ihnen recht gute Unterhaltung bei dem amerikanischen Spielfilm Das Goldene Schwert aus dem Jahre 1953. Ein farbenprächtiges Märchen aus der exotischen Welt von Tausend und eine Nacht. Regisseur Nathan Juran inszenierte diese aufregende Geschichte vom jungen, kühnen Harun, der sich aufmacht, den Mord an seinem Vater zu rächen. Die Spur führt ihn in die Stadt des allmächtigen Kalifen von Bagdad. In der Hauptrolle sehen Sie Rock Hudson, den im Oktober vorigen Jahres verstorbenen Hollywoodstar in einem seiner frühen Erfolge. Und seine Partner sind Piper Laurie und Edgar Barrier. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vor vielen hundert Jahren war ein Wüstenstrich der Zankapfel zwischen den mächtigen Städten Bagdad und Basra. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank. Jafar, elender Verräter, ich allein bin hier die Herrscherin. Jag die Eindringlichen aus dem Palast! Jafar, elender Verräter! 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 Jafar, elender Verräter!